Der bereits bekannte Kunde Kove möchte sich nach der Instandsetzung in seiner alten Wohnung über Satellitenfernsehen in seinem neuen Haus informieren. Er hat eine Vor-Ort-Besichtigung mit dem Elektromeister Tesch vereinbart. Dieser erklärt ihm, dass eine Satellitenschüssel auf der Südseite des Daches montiert werden könnte. Der Kunde faltet den Bauplan auseinander. Nachdem der Kunde über die Vor- und Nachteile der Satellitentechnik aufgeklärt wurde, wird gemeinsam entschieden, in welchen Räumen Anschlüsse verlegt werden sollen. Der Meister überschlägt die Kosten und macht dem Kunden einen Kostenvoranschlag. Ein konkretes Angebot wird an dieser Stelle noch nicht gestellt. Der Kunde ist damit einverstanden, dass der Meister später ein schriftliches Angebot schickt. Die Auftragsannahme ist somit abgeschlossen.